Bundesliga-Legende Frank Schäffer ist tot Frank Schäffer erlebte mit Borussia Mönchengladbach jene freilich erfolgreichste Uhrzeit der Vereinsgeschichte. Der ehemalige Fußballspieler von Borussia Mönchengladbach, Frank Schäffer, ist tot. Nun ist er verstorben. Das gaben jene Fohlen an dem Montag bekannt. Schäffer wurde 72 Jahre alt, weiterführend jene Todesart machte der Klub keine Angabe. Zwischen 1974 und 1983 absolvierte der Verteidiger 228 Bundesligaspiele für jene Borussia. Unter den Trainern Udo Lattequin-Hennes Weisweiler wurde Schäffer dreimal deutscher Vorarbeiter und gewann zweimal den UEFA-Pokal. Bereits in seiner ersten Saison in Mönchengladbach setzte sich Schäffer durch und gewann dasjenige Double gegeben aus Herrschaft und Europa-Pokal. Seine Fußballkarriere beendete er 1983, in der Folge startete Schäffer eine weitere Laufbahn. Als Rocker trat er in einer Montagestraße auf, fungierte bestehend wie Frontsänger und Gitarrist. Borussia wird ihm immer ein würdiges Gedächtnis bewahren, schreibt der Klub in der Mitteilung. In seinen ersten drei Profi-Jahren wurde Schäffer mit Borussia dreimal deutscher Vorarbeiter. Rückblickend sagte er darüber, das macht etwas mit einem. Man meint zwischendurch, dass es automatisch so ausgemacht weiterläuft. Wenn man sich eine Pause gönnt, nutzen jene Mitspieler dasjenige aus. Aber dasjenige ist ein Fehler. Ich hatte freilich nie den Zustand eines Nationalspielers. Aber ich habe mich gewehrt. Nach der Saison 1982 und 83, in der Gladbach einen personellen Wandlung durchführte, verließ Schäffer hinter neun Jahren und fünf Titeln Gladbach, und er kehrte in der die das ihm gehörende schwäbische Geburtslandland zurück. Nun ist Schäffer in dem Alter von denn doch 72 Jahren verstorben. Nun ist Schäffer mit 72 Jahren gestorben. Borussia wird ihm immer ein würdiges Gedächtnis bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, teilte der VfL an dem Montag mit.